Das ist fantastisch. Mr. Krabs träumt von der Krossenkrabbe. Was für eine Überraschung. Ich kann der Arbeit einfach nicht entkommen. Uah, Mittagsansturm. Ich schnapp mir besser meinen Hut und... Vergiss den Hut, schnapp dir den Pfannenwender und bring uns hier raus. Wie ein glänzend goldener Zahnstocher, der im Brötchen eines... Dafür haben wir keine Zeit. Ich bin ein glänzend. Ich bin ein glänzend. Mist. Das war's für heute. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Eww! Genau meine Größe. Autsch! Autsch! Frisch wie eine Frühlingsprinze! Grasenblätter voraus! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Autsch! 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 Es geht doch nichts über den Geruch von Seitenblasen und Mocken. Das riecht nach... ...Mit Out! ...Hatrick sollte mal wieder waschen! Oh! Oh! Patrick sollte mal wieder waschen! Autsch! Patrick, du hast einen goldenen Pfannenwender. Gib ihn her. Nicht so schnell, Spongebob. Erst musst du meine Prüfung bestehen, bevor du diesen goldenen Pfannenwender bekommst. In Ordnung, Sir. Herausforderung angenommen. Also gut. Deine Herausforderung ist es, den goldenen Pfannenwender zu finden. Da ist er. Du hast es geschafft. Und hier ist deine Belohnung. Ja! Drei! 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 Wow, Spongebob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist ein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Wenn ich doch nur meine andere Socke finden könnte. Du hast sie auf dem Kopf, weißt du noch? Ach, natürlich. Wo mag sie nur sein? Oh, das ist das, das ist das, das ist das. Für mich ist es schon mal einfach ein Hecht, als ich hier ein Team habe, was ich füge, andere Variate? Für mich ist es vielleicht ein Topf eines Körpers herausfordernd, was ich hier noch nicht habe. Ich bin halt jeder, wie ich hier da habe. Also, ich muss ... Ich bin irgendwie nur noch dabei sein, wenn ich nicht verbunden habe. Ich bin nicht geblieben, ich bin irgendwie davon gut eingestinal, weil es nicht so wichtig. Äh, ich bin nicht nieowned. Warum ich nicht so schnell? Katsching! Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück! Frisch, wie eine Frühlingsbrise! Spongebob an Einsatzleitung, es kann losgehen! Spongebob an Einsatzleitung! Heimge Hefnen ist Klasiker Poey! Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Das ist hochqualifiziert worden.